Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy bereitet sich darauf vor, Joe Biden, dem Chef des Weißen Hauses, den Siegplan seines Landes vorzustellen, während Kief in der Ukraine von dem amerikanischen Führer eine starke Unterstützung vor seinem Ausscheiden aus dem Amt fordert. Ein hochrangiger ukrainischer Beamter sagte der BBC, dass sie möchten, dass Biden in seinen letzten Monaten im Amt Geschichte schreibt. Die Einzelheiten des Plans wurden geheim gehalten. Staff aber die Strategie wird wahrscheinlich bitten um weitere militärische und finanzielle Unterstützung sowie zukünftige Sicherheitsgarantien enthalten. Zelenskyy sagt, dass der Vorschlag als Brücke zum Ende des Krieges gedacht ist, der seiner Meinung nach schneller enden könnte, als allgemein gedacht wird. Wenn der Westen die Position der Ukraine stärkt, argumentiert er, könnte Wladimir Putin gezwungen sein, sich auf einen diplomatischen Frieden zuzubewegen. Dieser Krieg kann nicht nur durch Verhandlungen beruhigt werden. Es ist Handeln erforderlich, sagte Zelenskyy im UN-Sicherheitsrat. Putin hat so viele internationale Prinzipien und Regeln verletzt, dass es schwer ist, den Schwung selbst zu stoppen. Russland muss gezwungen werden, sich auf Frieden zuzubewegen. Und genau das ist jetzt nötig. Seine Verpflichtung als alleiniger Aggressor in diesem Krieg, Frieden zu akzeptieren. Zuvor wurde bekannt, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine mittlere Streubomben, eine Reihe von Raketen, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge im Rahmen eines Militärhilfspakets von etwa 3,75 Millionen Dollar schicken würden. Die Hilfe umfasst Luftbodenbomben, die Streumunition haben und von den Kampfjets der Ukraine abgeworfen werden können, sowie Munition für Himars Raketensysteme, Javelin und andere Panzerabwehrsysteme, militärische Ausrüstung und weitere Unterstützung. Zelenskyy wird am Donnerstag Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington treffen. Sprechland Untertitelung des ZDF, 2020